Heute möchte ich dir zeigen, wie du den Steinhammer des Novizen herstellen kannst. Und zwar macht man das hier beim Werkzeugmacher des Gesellen. Und hier weiter unten findest du den Steinhammer des Novizen. Und um den herzustellen, brauchst du sechsmal Birkenholzplanken und zweimal Kupferbarren. Dann kannst du den fertigen und entweder du benutzt ihn zum Steinabbau oder du verkaufst ihn am Markt oder du ziehst ihn hier ins Untersuchen hinein, um schneller T3 zu erreichen. Bis zum nächsten Mal.